Hallo, Gregor Küni hier und jetzt. Fünf Störfaktoren für die körpereigene Vitamin D Bildung. Vitamin D kann mit Hilfe von UV-Strahlung in der Haut gebildet werden. Viele glauben, dies gelinge schon alleine dann, wenn man sich nur regelmässig in der Sonne aufhält. Doch diese Voraussetzung allein genügt nicht. Um einen Vitamin-D-Mangel zu verhindern. Fünf häufige Störfaktoren können die gesunde und ausreichende Vitamin D Bildung in der Haut verhindern. Und zwar auch im Sommer. Die gute Nachricht aber ist, sie können die meisten dieser Störfaktoren ausschalten. Im nachfolgenden Blog beschreibe ich Ihnen, was Sie dazu machen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen der Lektüre. Ihr Gregor Küni